Fachgerechte und sichere Entsorgung in einem funktionierenden Kreislaufsystem. Das ist heute wichtiger denn je. Denn wir alle tragen Verantwortung für unsere Umwelt und für die Generationen nach uns. Als zertifizierter Komplettentsorger übernehmen wir, die Kühlunternehmensgruppe, die sichere Entsorgung aller Abfälle. Für Kommunen genauso wie für die Industrie, den Handel und das Gewerbe. Altpapier, Altmetall, Kunststoff, Schrott oder Hausmüll – bei uns sind Ihre Abfälle in der richtigen Hand, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. In unseren hochmodernen Recyclinganlagen werden die vermischten Abfälle voneinander getrennt und effektiv aufbereitet. Das ist die Basis für neue Ausgangsstoffe und Produkte. So können wir im Anschluss an die Recyclingprozesse die Industrie weltweit mit hochwertigen Sekundärrohstoffen, wie zum Beispiel mit Kunststoff beliefern. Altpapier ist ein wertvoller Rohstoff. Wir übernehmen das Sammeln und Abholen in Kommunen genauso wie im gewerblichen Bereich. Nachdem das Altpapier unsere Anlagen durchlaufen hat, stellen wir unseren Kunden, wie zum Beispiel Papierfabriken, spezifisch aufbereitete Sorten zur Verfügung. Das Thema Entsorgung und Recycling ist ein weites Feld und oft können Aufgabenstellungen komplex werden. Aber nicht für unsere Kunden. Das Kühlconsulting steht für intensive Beratung im Stoffstrommanagement und die Realisation effektiver und wirtschaftlicher Lösungen. Die Betriebsstätten der Kühlunternehmen verfügen über großartige Kühlunternehmen. große Lagerkapazitäten, die unterschiedlichsten Erfassungssysteme, spezielle Entsorgungsfahrzeuge und vor allem über bestens ausgebildete Mitarbeiter. Die Standorte der Kühlunternehmen findet man in ganz Deutschland und darüber hinaus. Gemeinsam steht die Gruppe für nachhaltiges ökonomisch-ökologisches Handeln und verantwortliches Bewusstsein. Für eine intakte Umwelt und eine lebenswerte Zukunft. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017